Hallo, mein Name ist Urlaub. Sie kennen mich vielleicht aus Let's Plays wie Raft, Let's Paddeln, Outlast 2, Let's Fallen oder Vorgas, Let's Fallen. Dann bist du hier genau richtig auf meinem Kanal. BMW Urlaub. BMW steht für Buben mit Bart. Wir sind vier wertige Freunde, die Lust haben, etwas Content zu kreieren. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Nerd-Kram. Einzelne Let's Plays, gemeinsame Zockerrunden, Game Shows oder wie wir einfach über irgendwas quatschen. Am liebsten zocke ich Souls-Likes, Pixel-Arts, Metroidvanias, RPGs und Horror-Games. Aber auch für jegliche Koop-Spieler nicht stets zu haben. Mein Ziel ist es, euch ein buntes Portfolio an Inhalten zu liefern. Ich freue mich sehr darauf, mit euch gemeinsam durchzustarten. Habt eine gute Zeit, denn ich hab sie auf jeden Fall.